Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben das Spiel abarbeitet und das gehört auch zu Fußball, ein Spiel zu verlieren. Das haben wir jetzt gehabt und jetzt geht es darum, volles Fokus auf das Spiel morgens zu haben. Das haben wir seit sechs Tagen gehabt und wir sind gut vorbereitet. Wir haben die besten Möglichkeiten geschafft, das Spiel zu gewinnen und wir freuen uns. Ohne jetzt alles zu verraten, es ist klar, es ging darum, das habe ich auch nach dem Spiel letztes Wochenende in Berlin gesagt. Es ging darum, uns darauf zu erinnern, was wir richtig gut gemacht haben seit einem Jahr. Die Jungs haben eine hervorragende Saison gespielt und daran anzuknüpfen. Ich habe gar keine Niederlagebock, ist halt so. Wir wollen alles gewinnen. Für mich haben wir die Meisterschaft abgehakt mit der Westdeutsche Meisterschaft. Das haben wir gewonnen, das ist ein Titel, den du gewinnst über ein Jahr gewinnst. Und dann ist das jetzt für mich so ein Pokal-Wettbewerb. Das wird alles über drei Spiele entschieden. Wir haben uns durch zwei gute Halbfinale-Spiele qualifiziert für das Finale. Und jetzt wird das alles entschieden in einem Spiel wie ein Pokalfinale und das kennen wir. Es sieht so aus wie letztes Wochenende, wir haben alle dabei. Der eine oder andere hat natürlich eine kleine Blasur, Verletzungen, aber grundsätzlich sind alle dabei. Bis zum nächsten Mal. Nämlich bis zum nächsten Mal. Wir haben uns alle planetaene Energie auf und wir werden ein paar Medien, Wir haben uns das außergewaltige Vorhaben. Bis zum nächsten Mal.